Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Die Ermittlung, der am 25. Juli 2024 in den deutschen Kinos startet. Ich bin der Stu, heute an meiner Seite ist der Dominik. Hallo Dominik. Moinsen. Dominik, wir beide konnten die Ermittlungen bereits im Kino sehen und ich sage mal so, alleine auf dem Papier klingt das nach viel Arbeit, denn wir haben es hier mit einem, ja, abgefilbten Theaterstück, Fragezeichen zu tun, das vier Stunden geht. Wir haben es auch komplett gesehen, wir hatten eine kleine Pause dazwischen, ob die vielleicht notwendig gewesen ist, darüber können wir dann gleich auch reden. Und die Ermittlung ist harter Tobak, würde ich sagen, harter Stoff, denn es geht um die Auschwitz-Prozesse, die zwischen 1963 bis 1965 in Frankfurt stattgefunden haben. Und das Ganze basiert auf dem Theaterstück von Peter Weiß, das da heißt, die Ermittlung Oratorium in elf Gesängen, das ebenfalls 1965 erschienen ist, beziehungsweise Weltpremiere gefeiert hat. Und dieser, ja, Theater, Regisseur, Theaterautor Peter Weiß war auch bei diesen Prozessen zugegen. Was wusstest du im Vorfeld von, nicht den Auschwitz-Prozessen, sondern von die Ermittlungen? War dir das geläufig? Wusstest du, was das ist oder bist du da eher ein bisschen blind reingegangen? Es war mir an für sich ein Begriff, aber aus irgendeinem Grund habe ich es nicht damit verknüpft, als mir dieser Film offeriert wurde. Also ich habe da mal von gehört, ich interessiere mich ja auch durchaus auf Geschichte, sieht man vielleicht auch an den Sachen, die ich hier zuletzt besprochen habe. Aber irgendwie war die Connection in meinem Hirn nicht da vorhanden und ich war dann auch sehr, also ich meine, ich habe schon geahnt, dass das irgendwas in Richtung NS und Holocaust ist. Weil wenn so ein langer deutscher Film kommt, dann dreht sich es meistens darum oder um die DDR, aber es war dann schon, als das anfing, war ich direkt so, ja, D-Moll-Stimmung. Und wir hatten, wir hatten halt, kurz davor hatten wir halt die PV von Alles steht Kopf, das war halt schon ein ziemliches Kottras-Programm. Ich hatte, also ich wusste natürlich von diesen Prozessen, ich wusste auch, wie die Urteile nicht explizit genau ausgefahren sind, aber ich wusste, dass da ein paar Urteile gesprochen wurden, sind die vielleicht als zu milde gelten, sage ich mal. Ich wusste auch, dass es halt ein sehr aufwieriger und auch sehr langwieriger Prozess ist, aus verständlichen Gründen. Ich wusste aber halt nicht von dieser Existenz dieses Theaterstückes, dass ja auch, glaube ich, mehrfach aufgeführt worden ist. Es gab auch Fernsehfassungen, es gibt diverse Möglichkeiten, dieses Stück wahrzunehmen, sei es jetzt als Theaterstück, als Fernsehfilm oder halt eben auch einfach als, ja, lyrisches Objekt, sage ich mal. Jetzt war es für mich aber das erste Mal und für dich vermutlich auch das erste Mal, das im Kino zu sehen und ich habe keinen Trailer gesehen, aber ich habe vorab so ein, zwei Bilder wahrgenommen von diesem Projekt, von diesem Künstler R.P. Kahl und da wurde mir schon klar, okay, uns erwartet jetzt hier kein klassischer Kinofilm. Es ist kein, ich möchte sagen, kein klassisches, cineastisches Stück, was wir da zu sehen bekommen, sondern, ich habe es schon zu Beginn gesagt, im Groben gesagt kann man sagen, es ist abgefilmtes Theater. Ich für meinen Teil kann diesen Kritikpunkt, ich nehme es mal einfach als Kritikpunkt wahr, durchaus nachvollziehen, muss aber ganz klar sagen, ich finde, dass es nicht ganz passt, dass es abgefilmtes Theater ist, denn wir haben halt Sachen wie, dass zum Beispiel Sound eingespielt wird, nicht oft, aber manchmal. Und vor allem haben wir ganz klare filmische Techniken wie Zooms, Kameraschwängs, Schnitt, Gegenschnitt und ich finde, dass damit schon sehr viel erzeugt wird, eine gewisse Stimmung, eine gewisse, ja auch Solidarität mit den Angeklagen, nicht mit den Angeklagen, Gott bewahre, mit den Zeugen, die da vernommen wurden, sind, Gott bewahre, mit den Angeklagen, das wäre, das wäre, nein, nein, nein. Wie ist es dir ergangen, also kannst du auch diesen Kritikpunkt verstehen, dass es einfach ein abgefilmtes Theaterstück ist oder empfindest du es vielleicht auch eher als Schwachpunkt des Films oder siehst du es ähnlich wie ich, wie stehst du dazu? Ich würde sagen, es ist bei mir so ein bisschen so ein Jein, also am Anfang war ich schon relativ, ich meine, der Film fängt an und da ist erstmal eine Texttafel, die meines Erachtens viel zu viel Inhalt hatte, also das hätte man irgendwie stückeln können. Und ich kam schwer rein in das Ganze und am Anfang war es für mich wirklich so ein bisschen, ja, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber besseres Fernsehspiel. Mich hat das, die Art des Interieurs, die hat mich so ein bisschen an sowas wie, ist jetzt vielleicht ein bisschen ein merkwürdiger Vergleich, aber es hat mich klein wenig an Dog Will oder sowas erinnert. Also es ist ja alles sehr minimalistisch. Wir haben ja nicht mal wirklich einen Gerichtssaal, sondern einfach nur, ja, weiß ich nicht, warum ist das gedreht? Wahrscheinlich in einer Lagerhalle und da ist eigentlich nur eine Empore, wo die dann stehen vor dem Mikrofon und ansonsten, ja gut, die Klamotten. Aber es ist jetzt halt auch nichts Besonderes für die 60er Jahre und ja, alles sehr minimalistisch. Am Anfang bin ich da wirklich schwer reingekommen und da war ich auch noch so wirklich in dem Modus, oh ja, wir haben ja eigentlich abgefilmtes Theater. In der zweiten Hälfte, also hatten wir ja auch, glaube ich, in der Diskussion mit den lieben Kollegen vor Ort, die erste Hälfte war für mich wirklich so ein bisschen mühselig. Dann hatten wir die Pause und ich hatte den Eindruck, dass die zweite Hälfte dieser insgesamt elf Kapitel-Gesänge dann irgendwie ein bisschen filmischer war. Also auch mit Lichtstimmung vor allem mehr gearbeitet hat und dadurch dann auch jeweils in den einzelnen Segmenten doch sehr eigene Stimmung erzeugt hat. Oder wie hast du das wahrgenommen? Ich fand schon, dass auch in der ersten Hälfte es schon Momente gab, die in Anführungszeichen filmisch waren. Aber ich gebe dir recht, in der zweiten Hälfte war es mehr, wesentlich mehr. Ich hatte auch das Problem, dass du eine gewisse Zeit brauchst, um reinzukommen. Ich glaube, es tut dem Film auch ganz gut, wenn du im Vorfeld weißt, was da auf dich zukommt und wie es auf dich zukommt. Denn Dog Will ist ein perfekter Vergleich wirklich. Du hast diese, ich nenne es mal Lagerhalle, wo halt diese Lichter stehen und diese Bühnen und diese Stühle. Stühle, die halt aussehen, als wären sie von einer Schulaula genommen, das muss man auch mal klar sagen. Was ich aber interessant finde, ich habe gelesen, also das Ganze wurde letztes Jahr aufgezeichnet und die haben wohl innerhalb von, wenn ich mich recht, glaube ich, sechs Tage gedreht, glaube ich. Oder nur ein paar Tage. Und jeder dieser elf Gesänge wurde in einer Einstellung gedreht. Sie haben aber dann halt, also dann geschnitten. Es gibt wirklich Schnitte, es ist ja nicht so, dass jeder dieser elf Gesänge ein One-Tag ist, weil der Schnitt eben auch viel aussagt, wie ich finde. Und das, man merkt schon, das ist, das ist halt so, es ist halb Theater, halb Film, Vollzeit, Kunstprojekt, so kam es mir vor. Was er aber halt hat, was mir halt vorhalten kann im Guten, ist A, die Darsteller sind toll. Also wir haben hier zum Beispiel Rainer Bock als Richter. Großartig. Dann steckt da auch ganz viel drin, wo ich darüber nachgedacht habe, zum Beispiel, dass die Zeugen haben keine Namen. Die Zeugen sind durchnummeriert. Du hast Zeuge 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter und so fort. Ja. Aber die Angeklagten, die haben Namen, das fand ich ganz, ganz spannend. Du hast auch dieses, dieses, ja, aber ich musste es ja tun, weil es war ein Befehl, das hörst du halt ganz häufig. Das ist ja auch diese, ich nenne es mal mal Ausrede, die du ja, die ja nicht neu ist, wenn es um diese Aufarbeitung der, genau, der Klassiker geht. Da steckt halt echt viel drin und das, so profan es klingt, erzeugt eben auch eine gewisse Art von Spannung. Ich meine, wir leben ja gerade in so einer, in der Zeitalter des True Crime, um es mal wirklich ganz bescheuert zu sagen. Ja. Und man kann auch, kann, also ich würde die Ermittlungen nicht zum klassischen True Crime an der Netflix verorten, das auf gar keinen Fall, aber ich saß da vier Stunden lang und obwohl ich den Ausgang im Groben wusste und auch wusste, was da noch an mich zukommt, war es spannend. Und vor allem muss man auch sagen, das ist kein Film, der jetzt als Tränenzieher fungiert. Der möchte jetzt nicht deine Emotionen rauskitzeln. Nein, überhaupt nicht. Aber wenn, ja, aber wenn die Zeugen dann halt so erzählen von, ich nenne mal so jetzt so Sachen, du weißt, was gemeint ist, schwarze Wand zum Beispiel. Oh ja. Sind da Sachen drin, die sind hart. Und dann, dann erreichte mich das emotional durchaus. Und das ist auch der Grund, warum ich diese vier Stunden da saß, gebannt auf die Leitungen. Leinwand geschaut habe, das verarbeitet habe. Und das klingt jetzt doof, jetzt zu sagen, ich hatte da eine gute Zeit. Ja. Aber es, es war keine verschwendete Zeit. Und das ist auch ein Punkt, über den wir gleich nochmal reden können. Ich fand auch diese vier Stunden, es ist, ich weiß, vier Stunden klingt nach einer Menge Zeit. Es ist eine Menge Zeit. Und ich will auch nicht sagen, dass es der Film kurzweilig war. Nein. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da saß und, dass es sich die gezogen hätte. Die vier Stunden vergingen dann doch recht schnell. Ja, so für mich, so teils, teils die erste Hälfte, wie gesagt, war echt anstrengend. Ich leugne auch nicht, dass ich während des dritten oder vierten Gesangs mal kurz eingeschlafen bin. Und PS, ich bin vorher noch nicht. Von daher kam dieser Schnarch-Sound-Effekt. Ich dachte mir, warum kommt jetzt dieser Schnarch-Effekt während des Films? Seltsam. Ja, andere, andere berichten dann wiederum von, ja, weiß ich auch nicht, was ihre Nachbarn dann machen. Die zwei Leute, die noch mit im Kino sitzen. Nee, in der zweiten Hälfte, also ich weiß nicht, vielleicht hatte ich da auch irgendwie so einen toten Punkt. In der zweiten Hälfte ging es dann besser. Ich muss sagen, ich war am Anfang erst zu überlegen, ob es überhaupt wirklich eine Dramaturgie gibt. Also, ob die einzelnen Aspekte, die da eben beleuchtet werden aus dem Lager, und das muss man eben auch sagen, das kann man diesem Film wirklich anrechnen. Wenn von Auschwitz die Rede ist, dann geht es in 90 von 100 Fällen um die Vergasung. Und ich will das hier auch gar nicht runterspielen. Das ist nun mal, das sind die schlimmsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Ähm, aber was hier noch alles erzählt wird, da ist, da, also ich will nicht sagen, dass die Vergasung dahinter fast verblassen, aber das sind halt Sachen, die viele Leute heutzutage gar nicht auf dem Schirm haben. Also, was da an Misshandlungen, äh, Foltermethoden, Experimenten, hier Mängele und so weiter, ja gut, das hat man vielleicht noch auf dem Schirm. Ähm, aber wirklich, da sind so viele Sachen. Und, äh, ich kann nur sagen, ich bin, wie gesagt, ich bin ein historisch interessierter Mensch. Äh, für mich war das auch ganz, ganz, äh, aufschlussreich, dass hier, äh, weil du ja gerade meintest, die Angeklagten haben ja Namen. Äh, da tauchte ein Name auf, den ich noch jetzt kannte, äh, als Blogführer tatsächlich aus dieser, äh, Serie The Tattooist auf Auschwitz, die ich zuletzt besprochen habe. Ähm, ähm, kann man auch gerne mal reinhören mit der lieben Kollegin Melanie, die sich hier vor der PV gedrückt hat. Schöne Grüße. Ich muss sagen, es war schon über die vier Stunden. Also, ich meine, es ist halt wirklich, es ist ein reines Dialogwerk. Ähm, ich musste jetzt aber gerade, weil du auf True Crime kamst, ähm, wir hatten ja Anfang des Jahres diesen Reality auch besprochen. Und der ist vom Konzept her ja eigentlich ähnlich, weil die basieren beide minutiös auf, äh, den jeweiligen Protokollen, ne? Ähm, deshalb würde ich dem vielleicht da sogar ein bisschen in eine, in eine, äh, äh, Ecke rücken. Weil, ähm, beide, äh, naja, haben halt eben dieses Korsett, dass sie, dass sie, äh, beim Drehbuch nicht viel Spielraum haben und deshalb das dann mit der Inszenierung ausgleichen müssen. Die für mich dann in der zweiten Hälfte, kann ich halt nur mal sagen, deutlich mehr zum Tragen kam. Mir war das am Anfang doch schon sehr nüchtern, sehr trocken, weil es besteht halt wirklich aus unzähligen Dialogen. Und so jetzt, ich meine, wir müssen dazu sagen, wir haben den Film ja vor etwa drei bis vier Tagen jetzt, glaube ich, gesehen, ne? Oder drei, drei Tage ist ja am Montag haben wir den gesehen, ne? Ja, ja, klar. Ähm, äh, jetzt überleg mal so, was, was ist dir so von den einzelnen Gesängen so wirklich noch im Gedächtnis geblieben? Ich kann es jetzt nicht mehr zuordnen, aber tatsächlich sind es einige Sachen, die mich in Anführungszeichen verfolgt haben. Also diese eine Geschichte von dem einen, der bei diesem Wilhelm Boger, das ist auch der einzige Angeklagte, der mir vorher schon im Begriff war, halt wirklich gefoltert worden ist und der halt wirklich durch Zufall überlebt hat, weil er Glück hatte. Also wirklich, so hart es klingt, der wird halt, er beschreibt halt sehr nüchtern und das ist halt für mich eine Stärke. Also ich kann verstehen, dass dieses Nüchtern schon schwerfällt, aber das war für mich tatsächlich mit einer der Stärke, dass es nicht so überemotionalisiert worden ist. Und dadurch hat es bei mir halt eben wirklich so hartes, so was hartes klingt, aber es hat reingehauen. Wenn die halt wirklich da stehen im Spotlight für diesem Mikrofon und der Richter stellt seine Fragen und du merkst dem Richter auch an, dass er auch, ich möchte mal sagen, Mitleid hat, aber er versucht das ja alles so ein bisschen auch im Rahmen der Justiz, das ist ja auch ein Aufgabe. Der ist sehr pragmatisch, ne? Genau, genau, was ich auch verstehen kann und dann erzählen da Leute ihre Geschichten und das ist schon hart. Also selbst wenn du weißt, das sind nur Schauspieler und Schauspielerinnen, die das machen, aber wenn der eine halt erzählt, dass er wirklich grün und blau geschlagen worden ist und dass seine Hoden gefoltert wurden, also das klingt jetzt vielleicht lustig, aber das ist es gar nicht. Die Schaukel. Die Schaukel, genau. Und er dann irgendwie dann überlebt durch Zufall und dann noch in die Reihe gestellt wird zum Erschießen und dann wird aber nachgezählt, ne, ist aber einer zu viel für die Exekution und dann wird der Letzte, das ist er dann wieder halt freigestellt und der wird nicht erschossen. Das ist halt, ich weiß, wie er für aktuell keine Worte, aber ich fand das, mich hat das sehr bewegt, tatsächlich. Ja, das ist natürlich auch bedingt eben durch die, also das sind ja nicht nur irgendwie, weiß ich nicht, kleine Vergehen, die hier besprochen werden, sondern es ist wirklich, es ist richtig harter Tobak, also mit das Härteste ist, wenn gegen Ende Tom Vlaschiha sein Auftritt hat, ist bekannter Schauspieler, kennt man zum Beispiel auch aus Game of Thrones, ja, das musste ich hier reinbringen. Ähm, und, äh, äh, der erzählt dann wirklich en Detail, äh, wie die Vergasung vonstatten ging und, äh, also auch so Sachen, die ich vorher noch nie gehört habe eigentlich, äh, wie dann eben, äh, naja, die, die wirklich zahlreichen, äh, Leichen dann, ja, die liegen dann halt nicht nur einfach so aufeinander, sondern sind ineinander verkrallt, blutig, alles mögliche und das wird wirklich, das wird en Detail beschrieben und, äh, manchmal spielen sie da ja auch ein bisschen mit der Soundkulisse, ne, also da war ja irgendwie mal die Rede von, äh, äh, Kindern, die irgendwie, glaub ich, auch, äh, ja, erschossen wurden, muss man leider sagen, so, äh, klar wie es ist, ähm, und da, äh, haben sie auch dann durchaus clevere Soundeinspieler gehabt, also, ich weiß nicht, vielleicht, oder hast du, hast du es nicht wahrgenommen, da war einmal so ganz weit entfernt so ein, so ein, äh, also irgendwie halt Geräusche wie, wie Kinderschreien oder sowas. Von Kindern, ja, genau, ja, das hab ich mitgenommen. Da muss man auch dazu sagen, dass die, ich nenne es immer auch mal der Film, ja wirklich, dieses Sound oder das Musik allgemein eigentlich nur dafür nutzt, die meiste Zeit, wenn es der Übergang ist, von der, von dem einen Gesang zum nächsten und es heißt nur Gesang, bitte, glaub jetzt nicht, dass jeder steht und singt, das sollte vielleicht gesagt sein. Das fand ich ganz spannend, weil es halt einmal auch den Moment gibt, wo einer sagt, dass es, wo, wo, wo er davon redet, dass sie manipuliert worden sind und dann setzt die Musik ein, dass dann quasi der Film auch halt Manipulation dann vollführt am Zuschauer, könnte man sagen, fand das ganz, ganz, ganz spannend eigentlich. Da steckt so viel in diesem Film drin, worüber ich noch nachgedacht habe. Natürlich ist das sehr viel, was da drin steckt und ich kann es verstehen, wenn man nach vier Stunden nicht mehr alles zusammenbringt. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass dieses ganze, dieses verbrecherliche System, was Auschwitz und über Auschwitz hinaus halt da, was für Opfer da anfallen, du kannst das auch gar nicht greifen und gar nicht fassen. Nein. Das ist schon krass. Aber. Also das ist ein, ich sag mal so, mir ist schon bewusst, dass es andere Filme und Serien gibt, die sind in der Hinsicht massentauglicher, weil sie einfach filmischer sind in ihrer Umsetzung. Das ist ganz, ganz klar. Dass du mit einem, zum Beispiel, ihr habt es ja jetzt besprochen, dass jetzt hier der Tat, der wird Tatrist auf Auschwitz oder hier Schindersliste und was es da nicht sonst noch alles gibt, dass die natürlich filmischer sind, dass die massenkompatibel, das ist ganz, das steht außer Frage. Aber der hier hat bei mir sein Ziel nicht verfehlt. Und ich finde, ich würde diesem Film auch eine gewisse Wichtigkeit zuordnen. Gleichsam natürlich abgefilmtes Theater und natürlich auch Schulunterricht, Schulfernsehen. Ja. Auch das kann man, kann man dem, kann man dem nicht entnehmen. Das ist ganz klar, wenn man das so sieht, dann, dann lässt sich das auch nicht weg diskutieren. Aber ich für meinen Fall war sehr beeindruckt von diesem Film im Gänze. Also Schulfernsehen kann man dann jetzt aber hier, also den Begriff Schulfernsehen nutzt man ja eigentlich sonst eher leicht abwerten, sage ich mal. Hier würde ich es aber durchaus auch als positiv bezeichnen, weil zum einen eben, hatte ich ja schon gesagt, alle möglichen Aspekte des Auschwitz-Lagers aufgeworfen werden, die selbst einige Leute, die schon da irgendwie Kenntnis von haben, nicht so auf dem Schirm haben dürften. Und zum anderen, ähm, der Film hat jetzt auch nichts Belehrendes an sich. Also, äh, wieder Stichwort Schulfernsehen, ne? Das ist ja eigentlich immer so schulmeisterlich, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist hier gar nicht der Fall. Also gerade wenn so ein, äh, Gesang in Anführungsstrichen zu Ende geht, dann wird man eigentlich auch relativ, also die, diese Szenen werden gar nicht mehr wirklich aufgelöst, sondern sie bleiben einfach so stehen und lassen dich mit diesen Gedanken alleine. Was dann aber mein Problem ist, dass das halt dann doch auf Dauer echt ein bisschen viel Input war. Und, ähm, ich weiß nicht, ich habe es, äh, auch wenn es eher so auf wenig Gegenliebe stieß in der Diskussion, in der Pause mit den, äh, lieben Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ich fühlte mich teilweise, als würde ich mehrere Folgen einer Serie auf einen Schlag wegbinschen. So hat sich das irgendwie angefühlt. Und ich hatte auch den ähnlichen Effekt, also bei mir ist das so, wenn ich ein Serien-Binge gemacht habe, dann habe ich so ein, zwei Highlights im Kopf, also in Anführungsstrichen jetzt hier Highlights, aber, äh, vieles wird dann doch zu so einem, ja, Gedankenmatsch in meinem Kopf. Und diesen Effekt hier hatte ich leider auch ein bisschen. Kann ich verstehen, aber ich finde, dass diese, dass diese Überforderung, die ich ja auch hatte, mit dazugehört. Und, äh, die Banalität des Bösen und die Überforderung damit, ähm, weil ich auch, ich kann dir auch nicht mehr sagen, was, äh, was, äh, Zeuge 14 erzählt hat oder so. Ich kann dir nur einzelne Momente halt sagen, die mich beeindruckt haben. Mhm. Und was ich halt auch toll fand, es gibt irgendwann den Moment, wo eine Zeugin vor der, vor, äh, vor dieser, vor diesem Mikrofon steht und das Licht wird nochmal aufgedreht und sie wird gefragt. Da geht es halt auch um diese medizinischen, ja, Experimente von Mengele. Und das Erste, was sie macht, ist, sie schweigt halt sehr lange. Und dann, das ist schon so ein Moment in dem Film, wo du schon so viel Schreckliches gehört hast und denkst dir, fuck, ey, wenn die jetzt erstmal anfängt zu schweigen und Probleme hat, es auszusprechen, dann ist das jetzt richtig harte Scheiße. Mhm. Ja. Also diese Überforderung, ich verstehe, was du meinst, ich kann es nachvollziehen, aber ich fand, diese Überforderung war für mich persönlich mit einer der Stärke dieses Films. Ja, also ich, ich will den jetzt auch, ähm, also der ist mir auf jeden Fall noch im, im Gedächtnis rumgekreist. Also das ist kein Film, den du guckst und dann auch, ja, jetzt, jetzt geh ich was essen oder was. Das, äh. Ja, ja, das ist auf keinen Fall der Film, den man Freitagabend mit Freunden guckt, das ist klar. Nee, aber ich, ich, ich hab mir, äh, wieder halt im Hinblick auf Serie, ähm, der Gedanke kam mir so, also angenommen, man wird das Ding jetzt ins Fernsehen bringen, dann würde man es wahrscheinlich eigentlich in vier Stücke hacken, ne? Weil so eine Stunde sind ja eigentlich. Würde sich anbieten, ja, wobei, was mich halt, was ich mich halt frage, uns wurde ja die Option gelassen, wollen wir eine Pause haben oder wollen wir keine? Und wir haben ja gesagt, nee, lass mal nach zwei Stunden eine Pause ist ganz gut, einfach mal eine Blase zu entleeren, was zu trinken zu holen, ein bisschen, ne? Ist das schon, ist es, ist, das eignet sich auch für eine Pause. Ähm, ich, ich frage mich halt nur, es ist ja nicht geplant gewesen, ursprünglich eine Pause. Ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich eigentlich geplant ist als ein Vier-Stunden-Block. Dann würde ich sagen, uh, das ist schon hart, ist es machbar, finde ich, ist es machbar. Ähm, ich, ich glaube, nach zwei Stunden diese Pause kam auch ganz gut, weil es gibt ja schon durchaus diesen Break, wo in der, in der ersten Hälfte, es ist ja wirklich mehr so die, die Zeugen im Fokus, und im zweiten Jahr mehr so die Angeklagten, wo es ja auch filmischer wird, wie du gesagt hast. Ja, ja. Deswegen hatte ich auch das Gefühl, dass genau da auch eine Pause angesetzt worden ist. Ob das jetzt wirklich so ist, mal schauen, aber ich würde sagen, wenn euch der Film interessiert, und, äh, fragt mal vielleicht im Kino nach, ob sie eine Pause zeigen, weil ich finde, das ist sehr gut machbar. Ja, die Frage ist halt, in, in, äh, der wird nicht so in so wahnsinnig vielen Kinos laufen, denke ich mal. Doch, doch, Cineplex Kino 1. Ja, auf jeden Fall, der, der, äh, überall fliegt Garfield raus, und erst recht, alle steht Kopf 2, damit der hier laufen kann. Äh, nee, äh, da sind die dann wahrscheinlich schon aus dem Kino, nein. Ja, äh. Ja, das ist, das ist ein Special Interest Film, glaube ich, der wird vielleicht, ich kann zwar, also wenn ich ein Kinobetreiber wäre, würde ich den auch nicht jeden Tag zeigen. Da würde ich sagen, Leute, wir zeigen den Donnerstagabend 20 Uhr und gut ist. Aber eigentlich ist das schade, weil, äh, ganz ehrlich, auf eine gewisse Art sollten eigentlich so viele wie möglich diesen Film sehen, und da ist es dann, da haben wir eigentlich das, was wir beide, glaube ich, auch schon gesagt hatten bei One Life. Das ist halt das Problem zum, erstens durch die, durch, durch diese wirklich monströse Länge und das, das erschlägt einen teilweise wirklich auch mit, weil es wirklich Namen, Zahlen, alles Mögliche fliegt durch die Gegend. Ähm, und, äh, zum anderen, ähm, also ich, ich hatte, es tut mir leid, ich hatte halt wirklich diesen Gedanken an eine Miniserie, ne, weil ein, so ein, so ein Gesang geht ja wirklich genau 20 Minuten. Also ich meine, eine Stunde sind immer drei Gesänge. Und, äh, so könnte man den halt dann zum Beispiel auch versenden, weil, ganz ehrlich, ich, also ich fände es schon irgendwie wichtig, äh, wenn sowas mehr Aufmerksamkeit bekommen würde, gerade weil er auch gegen Ende, Entschuldigung, weil er auch gerade gegen Ende durchaus auch, äh, wenn natürlich auch auf einer Meta-Ebene lesbar, äh, auf die Gegenwart verweist. Also der, der Verteidiger hält am Ende ja nochmal ein Plädoyer und ich bin ganz ehrlich, das hab ich im Kopf förmlich im Deutschen Bundestag verortet, ohne jetzt auszuführen, äh, von wem im Deutschen Bundestag. Definit, definit, definitiv, äh, aber da ist halt einmal das Problem, ähm, was halt ganz viele von solchen Filmen und auch Serien haben, die werden halt nicht die Leute anziehen, die das eigentlich dringend gucken sollen. Ja, das ist das Dilemma. Das ist das Problem und daran werden wir auch nichts ändern können. Also das ist das große Dilemma halt, ne? Ja. Ähm, ich, genau wie du, ich würde uns mal einfach jetzt zutrauen, dass wir wissen, was damals passiert ist, dass wir wissen, warum das scheiße ist, wie viele andere auch, und, äh, auch wissen, dass das sich nicht wiederholen sollte und dass es nicht einfach nur ein Verbrechen war, sondern etwas Unbeschreibliches. Ja, der Film. Und zwar im negativsten Sinne unbeschreiblich. Der Film zeigt vor allem auch auf, äh, 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 also auch im Hinblick jetzt auf unsere heutige Zeit, nicht nur, dass die Narrative sich sehr ähneln, die da zum Besten gegeben werden, also von wegen, ach ja, wir haben ja größere Probleme und das ist ja alles verjährt, sondern es zeigt auch, wie viele eigentlich, also am Ende wird es doch, glaube ich, eingeblendet, wie viele von den Angeklagten eigentlich überhaupt wirklich zur Rechenschaft gezogen wurden und welche von denen auch wiederum, also das ist ja hier in den 60ern, das ist ja wirklich schon eine ganze Weile her dann gewesen, äh, äh, wie viele von denen dann auch wirklich dick Karriere gemacht haben. Also da ist ja bei einem die Rede, dass der sich schon im Lager anscheinend, äh, Gold unter Nagel gerissen hat und dann da später, äh, dick in, in Unternehmungen eingestiegen ist, ne? Und, äh, tja, das sind so wirklich die Verfehlungen in der Geschichte, deren Auswirkungen man heute noch spüren kann. Es ist leider so. Ja, ich meine, es wird ja auch, äh, ganz klar in dem Film gezeigt, ähm, dass ja auch Leute, die ausgesagt haben, auch bedroht worden sind, ne? Da gibt's ja auch so einen Brief, der gezeigt wird. Ja. Es ist schon echt viel drin und das auch viel, was natürlich an unsere heutige Zeit erinnert. Ja. Aber wir werden es nicht ändern können. Dieser Film wird von den Leuten geguckt werden, die das interessiert und die das, äh, auch für wichtig halten, genau wie wir, dass das halt eben, äh, auch aufgearbeitet wird, mehrfach und immer wieder. Aber es wird niemanden interessieren, der, von denjenigen, die das mal besser gucken sollten, weil da man auch ganz klar sagen muss, dafür fehlt dem Film auch der, 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 der reizwert, nenne ich's mal. Ja. Wie gesagt, abgefilmtes Theaterstück. Da ist dann, ja, fehlt das Filmische. Ja, es ist halt, ja, mal schade immer. Also, das, ich meine, äh, ist gut, dass solche Projekte immer noch gemacht werden. Aber sie kommen halt immer nur bei dem Publikum an, was, was, äh, ohne das jetzt böse zu meinen, ich meine, ich zähle ja selber dazu, was halt da irgendwo schon, äh, in Anführungsstrichen abgeklärt, aufgeklärt ist, ne? Und gerade in der heutigen Zeit wäre es wirklich vonnöten, weiß ich nicht, also mich, mich, es tut mir leid, mich frustriert das einfach auch. Weil man eben die Auswirkung dessen, wenn, äh, ich meine, natürlich, äh, das Dritte Reich kommt den, äh, Schülern teilweise aus den Ohren raus. Und mir im Unterricht auch. Auch, wie gesagt, wenn ich mich sehr dafür eigentlich interessiere. Äh, weil eben auch immer sehr oft die gleichen Sachen beleuchtet werden. Also, hier sind wirklich Sachen auf den Tisch gekommen, von denen hatte ich noch nie gehört. Sage ich ganz ehrlich. Und ich hab mich wirklich mit diesem Thema auseinandergesetzt und finde es auch wichtig. Aber, äh, das, es tut mir leid, das, das frustet mich einfach, dass da so diese, diese gesellschaftliche Barriere schon förmlich ist. Ja. Das musst du jetzt raus, sorry. Ja, ich kann das nachvollziehen. Ähm, es, ist, ist der Film, meine, meine Theorie ist, der wird halt nicht so erfolgreich werden, wie jetzt so ein Son of the Interest, der einfach diesen Oscar-Bass hat und natürlich auch von der Inszenierung und das, was der Regisseur da gemacht hat, um einiges, ja, ich sag mal, interessanter ist als das, was jetzt der RPK mit die Ermittlungen macht. Nichtsdestotrotz, ich, ganz ehrlich, ich saß da und dachte so, okay, jetzt hab ich hier vier Stunden lang und komm raus und bin total zermadert und zerkaut und denk mir so, Gott, was war das wieder für eine Arthauskacke. Ja. Was war das wieder so für eine Aufarbeitung von dieser alten Geschichte, die aufarbeitet werden muss, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Aber ich war dann doch wirklich sehr überrascht im Positiven, wie gut mir das gefallen hat. Und da kann man auch nochmal sagen, es liegt auch wirklich an den Schauspielern, die alle wirklich großartig waren. Wir hatten, ich kann mal ein paar aufzählen, wir hatten schon gesagt, Rainer Bock als Richter, Bernhard Schütz als Verteidiger, Clemens Schick als Ankläger. Den fand ich auch super. Ja. Dann noch ein paar bekannte Namen vielleicht, André Henneke, Nicolette Krebitz, Peter Lohmeier, Karl Markowitsch, Christiane Paul, Sabine Timoteo, Timo Jakobs, Nils Bruno Schmidt, um nur ein paar zu nennen. Also es ist wirklich, also ich sehe auch gerade das Poster vor mir, wo du diese ganzen Darsteller halt da vor dir siehst und das ist schon wirklich toll. Wie gesagt, man muss bereit für diesen Film sein. Nicht bereit, weil da Sachen drin sind, die komplett schockierend sind, sondern einfach bereit für das, was dieser Film macht. Das ist wie gesagt abgefilmt, das Theater schräg schräg Schulfernsehen, aber ich finde, dass der RPK da einen guten Weg gefunden hat, dass ich zumindest da saß und dachte, okay, das bekommt mich gerade, ich bin gerade voll investiert. Ich finde es auch wirklich so hart, das klingt spannend. Also ich saß davor und war dann auch so, ja, so komplett drin und das zeigt mal, wie, also wo der Film wirklich toll ist, er zeigt mir jetzt zumindest, wie diese filmische, Methodik oder diese filmischen Werkzeuge, wie Schnitt, Gegenschnitt, Zooms, Schwenks, wie machtvoll und mächtig die einfach sind. Das beweist er meines Erachtens sehr, sehr gut. Ja, und dass man auch natürlich mit geringsten Mitteln viel erreichen kann in der Hinsicht, wenn man halt eine raffinierte Inszenierung hat. Also beim Ensemble, da kann ich, da kann ich mich anschließen. Ich finde das vor allem sehr toll, dass es zum einen, also es sind teilweise schon sehr bekannte Gesichter, Christiane Paul ist ja, glaube ich, sogar dabei, aber das ist wirklich so ein Projekt, da merkt man, selbst die bekannteren Namen stellen sich in den Dienst der Sache. Und das ist gerade bei sowas hier wirklich wichtig, dass du da nicht irgendein bekanntes Gesicht aus Film und Fernsehen hast, was dann irgendwie alles, alles überstrahlt oder beziehungsweise den Blick auf die, auf die Figur, auf den Akteur versperrt, so ein bisschen. Das kann ja schnell mal passieren. Ich sage nur bei, da musste ich auch ein bisschen dran denken. Das gab es vor ein paar Jahren mal, dieses Fernsehspiel mit Florian David Fitz. Ich habe mich gewundert, dass er nicht noch hierbei ist. Das Urteil hieß der, glaube ich, wo man irgendwie als Zuschauer auch selber so ein Schöffe war. Und da war es aber eben so, dass, also das empfand ich auch als manipulierend, da irgendwie so ein Publikumsliebling wie Florian David Fitz dann, ja, als den Angeklagten zu inszenieren und dann es am Ende darauf hinauslaufen zu lassen, dass er dann eigentlich nur, weil es halt Florian David Fitz ist, die Sympathien des Publikums auf seiner Seite hatte. Aber vielleicht war das auch gewollt, ich weiß es nicht. Aber ja, das führt jetzt hier zu weit. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Man kann vielleicht sagen, genau, man kann vielleicht auch sagen, dass der Film ja auch vom öffentlichen Rundfunk, also auch BDR und Achte, mitfinanziert worden ist. Das heißt, die Chancen stehen sehr gut, dass der in Spinnis in einem Jahr in irgendeiner Mediathek aufschlägt und dann kann man sich den auch gerne angucken, so wie man es möchte, also mit Pausen oder so. Denn, und ich fange mal mein Fazit damit an, ich weiß nicht, ob der Gang ins Kino dringend notwendig ist, weil dafür ist er dann doch nicht zu filmisch. Also er braucht nicht zwingend die große Leinwand. Das muss man ganz klar sagen. Da ist in Zone of the Interest dann schon mehr Kinofilm als die Ermittlung. Nichtsdestotrotz für mich eine Sichtung in einem Kino, die ich nicht missen möchte dieses Jahr. Ich war sehr angetan davon, aber es ist schwer, diesen Film wirklich, also ihn zu verkaufen, weil du kannst letztlich nur diese typischen Argumente bringen, die du immer bei solchen Filmen bringst, wo es halt eben um Auschwitz geht. Und halt eben, ist ein abgefilmtes Theaterstück. Und das kann ich nicht ihren Kräften, auch wenn er natürlich solche filmischen Mittel benutzt, aber letztlich bleibt es dabei. Es ist ein abgefilmtes Theater. Ich für meinen Teil fand es stark und fand es einen, wie gesagt, eine sehr interessante Erfahrung, aber ich kann jeden verstehen, der das eher nicht so anziehend findet. Trotz allem von mir eine ganz klare Empfehlung, sich den anzugucken. Wie sieht es bei dir aus? Von mir schon grundsätzlich irgendwo auch eine Empfehlung für ein Publikum, was sich darauf einlassen kann. Also theoretisch sollte den eigentlich jeder sehen irgendwo. Aber das haben wir jetzt, glaube ich, auch weilig genug ausgeführt. Für mich war es tatsächlich eine Erfahrung, so was im Kino zu erleben, weil ich bin eigentlich ein sehr großer Freund von scharfzüngigen Dialogen. Aber das hier ist halt auch ... Das ist kein Aaron Sorkin, das stimmt. Nein, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein, nicht mal annähernd. Nee, nee, also dann lieber Trial of the Chicago 7 gucken. Aber das hier ist halt ... Also es ist wirklich schon ultra nüchtern. Also was mich auch mal so ein bisschen rausgerissen hat, das ist natürlich genau nach den Protokollen wohl, aber auf mich wirkte es auch manchmal echt so ein bisschen übermaniriert, wie die wirklich sagen, oh ja, ich kam in diese Baracke, die war genau drei Meter breit und 1,80 Meter hoch. Und dann denke ich mir so, hast du das, du hast das ja wohl kaum ausgemessen. Also das wirkte, aber ja gut, das wurde anscheinend so gesagt, ich weiß es nicht, aber es wirkte manchmal ein bisschen gewollt. Was wir halt ganz klar sagen, es basiert ja auch auf diesem Theaterstück von Peter Weiß, der zwar bei den Prozessen dabei war, aber wenn du die Ermittlung mal durchliest, es gibt keine Interfunktion. Es ist alles wirklich, genau so wie du es gesagt hast, so sehr, ja, sachlich. Beamtdeutsch, alles in Beamtdeutsch. Es ist wirklich so, es ist wirklich so, ja. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du da dann in den Auschwitz überlebt hast, dir dann Gedanken machst, ja, er war 1,30 Meter groß, breit, vielleicht 2 Meter, das stimmt schon, aber es ist auch eine Art Kunstform, ne? Irgendwie? Ja. Also es hat bei mir funktioniert, das finde ich ganz erstaunlich tatsächlich, weil es ist halt nicht so, es ist ja wie gesagt, es ist kein Film, der jetzt auf die Emotionen setzt, es ist kein Film, der dieses Emotionale nicht reinhämmert und trotzdem funktioniert. Ja, weil die Themen an sich auch einfach so hart sind, also wem das hier nicht irgendwie ein Kloß in den Hals verpasst, der 4 Stunden eigentlich immer so so pingpongmäßig rauf und runter geht, eigentlich im Hals, da weiß ich dann auch nicht. Also ich würde ihn schon empfehlen, ob man den jetzt im Kino sehen muss, es ist eine Erfahrung im Kino, freut euch, wenn ihr eine Pause habt, ansonsten ist das schon echt hart, aber ich würde auch, also wenn der irgendwie in der Arte-Mediathek aufschlägt, in einem Jahr oder so, dann gucke ich mir ihn vielleicht sogar noch mal an und würde dann auch sogar so ein bisschen im Umfeld, zumindest ein bisschen die Trommel rühren, gebt dem Ding mal eine Chance, auch wenn die sperrige Inszenierung und halt diese monströse Laufzeit schon abschreckend wirken kann, aber wer sich dafür interessiert, kann sich den schon ansehen, auch wenn es, ja, da sind wir halt bei dem, was wir jetzt großartig ausdiskutiert haben, aber für sich betrachtet, würde ich ihn schon bedingt empfehlen, aber ich würde ihn trotzdem empfehlen. Dann haben wir jetzt zwei, eine klare Empfehlung, eine bedingte Empfehlung und damit sind wir durch. Das war doch sehr spannend und interessant. Vielen Dank fürs Zuhören beim Tele-Stammtisch. Denkt dran, wir haben eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de. Uns gibt es auch bei Discord, da, ja, folgt einfach den Links, gibt es sonst noch irgendwas, ich sagen muss, ja, Podcast folgen, liken, es ist immer blöd, bei so einer Thematik dann noch Werbetrommel zu rühren, finde ich. Ja. Soll es das jetzt hier gewesen sein, ihr wisst, wo ihr uns findet, denn ihr seid intelligente Menschen, denn ihr hört uns. Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Dominik, die gibt das letzte Wort. Tschüss. Nie wieder ist jetzt. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.